Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sea of Stars. Ja, beim letzten Mal haben wir das Versteck des Flashmencers betreten und haben einen seiner Schergen bereits ausgeschaltet. In seinem Labor hier, wo ganz viele Fleischreste und so von den Decken und so hängen. Das ist ziemlich ekelhaft, aber egal. Der ist auf jeden Fall Geschichte und wir können fortschreiten. Die Hallen der Illusion erwarten uns. Hat er uns letztes Mal prophezeit? Hä, warte mal, wie kommen wir denn da hin? Ach, da kommt man gar nicht hin, ne? Noch nicht. Noch können wir da nicht hin. Ach, natürlich, ihr beiden wieder hier. Warum machen die eigentlich auch so viel Damage? Das war ja richtig gut. Na, jetzt komm schon. Problem ist, sie können hier nur mit den beiden, äh, angreifen. Eigentlich ist hier auch nur Zale gut. Gegen die. Das soll ein Ball auch so viel Energie, äh, so viel Magie verbrauchen, ne? Das ist echt doof. So, wieder ordentlich XP gekriegt. Sieht auch lustig aus, da. Am Fenster. Oder was auch immer es sein soll. So, und erst mal das hier mitnehmen? Weidenporken. Warum kriegt man sowas hier noch? Na gut, es gibt ja die Leute, die nicht alles machen. Die dann diese Sachen, die ich jetzt bekommen habe. Äh, nee, hier lang. Yakitori-Garnele gefunden. Und wir können das leider nicht mitnehmen. Haben wir irgendwas, was, äh... Wir würden eigentlich ungern irgendwas davon benutzen. Nee, dann lassen wir das hier. Wir gehen wahrscheinlich so einen riesen Weg jetzt. Und dann kommen wir da an, wo wir gerade schon waren. In dem Raum. Ach du Scheiße. Vier Gegner. Der eine sieht aber süß aus. Ah, toll. Oh. Oh. so einer weniger ja uns probleme macht so und der zweite der für seine untaten büßen so ich lasse valerie jetzt erst mal verrecken oder auch nicht ich weiß das war dumm einfach mal keine magie angriffe mehr einsetzen und so die magie schon das ist auch okay durch der erd das ist aber auch wer schlechter naja wir haben die besten die es gibt für sehrei so jetzt müssen wir seine magie natürlich wieder erholen was sag ich was sag ich sel da bist du ja bist du nicht müde sel es ist schlafenszeit wir rasten alle wieso du nicht auch stimmt etwas nicht du scheinst überrascht mich zu sehen ja so ein bisschen das war eine lange reise wir verdienen ein wenig rast du solltest schlafen vergiss es fühlt sich kalt und schrecklich an ja dann rasten wir doch da erst mal hä hallo bist du wegen der stelle hier was wo wo bin ich äh sieh mal es hilfst du mir mit den gefäßen nicht alles an seinem platz ist wenn der boss zurückkommt krieg ich schwierigkeiten ich okay großartig nimm einfach die großen und stell sie auf die säulen da oben gut gemacht du wirst hier gut reinpassen aber du arbeitest zu hart wieso entspannst du dich nicht ein wenig mit deinen kollegen das prallt skurril ist das ein traum komm schon ich war hunger hier ich bin schon fast voll so zart so schmackhaft ist meine ration bereit ich bin müde wo ist mein essen wo ist der kellner ich habe schon genug zu tun was ist denn da hinten du brauche du brauche oh wo ist der schon wieder all die wartenden gäste hey du wir brauchen einen kellner schnell ab in die küche ich der zeigen höre ich da beschwerden äh äh nein der teller steht hinter mir auf dem tisch ich bereite den nächsten vor du servierst na bitte ah na endlich sieht aber nicht gerade lecker aus da auf dem teller endlich gute arbeit du solltest dich beim wirt melden nicht schlecht frischling ich sollte dir mehr schichten zuteilen angelst du gerne oh nein oh nö bitte nicht auch nö jetzt kommt angeln und jetzt ein see was geschieht hier morgen geht es bestimmt besser das angelturnier ist bald vorbei beeil dich besser es ist nur noch ein fisch übrig ich hatte heute einen neuen rekord ich nutze keinen köder warum auch wir müssen den teich bald wieder auffüllen wow das ist voll einfach du hast einen karmesinbarsch gefangen warte mal kann man hier vielleicht noch irgendeinen Schatz finden leider nicht okay was gefangen äh fisch interessant wirklich ein hübscher Schädel Schädel was redest du ich habe einen Fisch gefangen oh hast du das oh hast du das was wie konntet ihr meine kristalle der verderbnis zerstören Krieger der Sonnenwende na toll sehen Kurator ich wusste du steckst hinter all dem ach und was haben wir hier ein Kind des Katalysators du wirst für die Schandtaten an meinem Volk bezahlen ich habe dich besser und stärker gemacht du solltest mir danken oh das werde ich ja zeig mir wie du deinen Gaben einsetzt okay wir sind ja vollgeheilt das ist schon mal sehr gut oh noch ein bisschen Zeit verschaffen hier hallo hm du bist gar nicht mal schlecht ich schätze es ist nur fair wenn ich mir auch Verwürdete besorge lauf nur davon ich spüre dich schon auf okay einmal wieder heilen hier aber wir haben ja ein bisschen Mana verbraucht wundervoll wo geht's denn da unten hin na ein Erdlichtstab aber der wird wahrscheinlich auch nicht besser sein den hätten wir uns doch sparen können ach natürlich what 822 Schaden alter gut die haben jetzt auch kaum XP gegeben und weil wir ja so weil wir ja so sparsam sind heilen wir uns jetzt nochmal wieder sü und dann geht's weiter gut الزig das ist und dann geht's gut ist Sieht nicht wirklich einladend hier aus. Ah, da ist er ja wieder. Schluss mit diesen Störungen am Arbeitsplatz. Schergen, zu mir! Oh, oh. Ow. So, zwei sind schon mal erledigt. Und den einen kriegen wir auch noch. So, was machst du jetzt? Wow, der war ja wirklich stark. Diese Schergen sind wertlos. Oh, was ist denn los mit dir? Das Katz-und-Maus-Spiel steht dir nicht. Zu Gesicht. Oh. 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 Nett, euch hier zu treffen. Darf ich euch meine größeren Freunde vorstellen? Ja, das war's für mich. Okay. Das wäre schlauer gewesen, Sale auszutauschen, aber egal. Das ist gefeiert. Das war's für heute. So. Jetzt haut er eh wieder ab. Mein gibt ja jedes Mal XP. Wie kommt das? Meine Kreationen sind überlegen. Das reicht, du Feigling. Beenden wir das. Oh, das werden wir. Keine Sorge. Ich geh mal einmal zurück. Ich geh mal einmal zurück und dann heil ich mich mal ganz kurz. Das ist immer gut, wenn man zwischendurch immer heilt. So. Können wir ja jetzt losgehen. Ganz schön viele Bosse hier in dem Ding, ne? Weil der ist der nervigste von allen. Oh Mann, jedes Mal. Jedes Mal. Ich weiß nicht, ich laufe extra zurück, um zu heilen und dann... So. Der ist eh ein Kurator, Leute. Äh. Komm da gar nicht hin. Legendares... Ach Mann. Ja gut, dann... Ich will halt nichts von dem anderen einsetzen. Verzeiht mir. Seht. Gut, das ist die letzte Fuhre. Ihr seid umzingelt. Oh, da seid ihr ja. Ahem. Erschwörer, der Raum der Entsendung wurde entweiht. Ich benötige vier Seelen, um den Hüter des Portals anzurufen. Die Zeit ist gekommen. Erfüllt den Eid. Das ist nicht gut. Pasenschnitter. Das Heim unseres Meisters wird belagert. Macht eure Arbeit. Nun gut. Wie immer. Um. Not put. Okay, dann noch mit Valera einmal. Okay, dann noch mit Valera einmal. Okay, dann noch mit Valera einmal. Das ist zwar nicht die Lösung für alles, aber wir machen es trotzdem. Scheiße. Okay. 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 Na komm schon. Mach sie fertig. Okay, einer ist schon mal weg. Und der zweite. Und der dritte ist gleich auch erledigt. Okay. 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 Wait. Bye. 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 Biotischen und kybernetischen Stoffen basierend auf den Partikeln in der Luft führte der Zerstörungsversuch dazu das ungefähr 0,0000005 seiner Masse explodierten Prozent. Das Ding ist eine Springfalle. Exakt vor euch befindet sich eine Bombe, die stark genug ist, um diesen Planeten zu vernichten. Empfohlene Aktion in Ruhe lassen. Aber dieses Ding entsendet Monster ins Universum. Es muss einen Weg geben. Negativ, die Struktur ist mit einem unendlich komplexen Nervenmuster verwickelt. Nur eine sehr schnelle Serie an präzisen Schnitten könnte es deaktivieren. Das sollte sehr jedoch liegen. Negativ, Material reagiert ausschließlich auf Sonnenmagie. Extra-Polarisationsmodelle deuten darauf hin, dass der Flashmancer dieses Material aufgrund der Flüchtigkeit noch nicht in Eremiten einweben kann. Empfohlene Aktion auf Holz klopfen. Dieser Bastard. Wenn ihr erlaubt. Hey, Berloth, alter Freund. Berloth? Die hochheiligen Adeln raubten mir fast den Verstand, doch am Ende fand ich, wonach ich suchte. Ihr habt viele große und tapfere Taten verbraucht. Das ist ein Job für meine Windklinge. Tretet bitte beiseite. Hm, nett. Tolle Beinarbeit. Ich habe meinen Teil erfüllt. Nun müsst ihr die Sache zu Ende bringen. Seid gnädig mit den Beschwörern in den nächsten Räumen. Ihr Verstand ist vom Gedankenkontrollzauber des Seelenkurators benebelt, doch sie werden euch nicht angreifen. Sehr ratsam die Gelegenheit zu nutzen und hier zu rasten. Hier ist außerdem ein Teleporter zum Eingang, falls ihr euch um unerledigte Dinge kümmern wollt. Danke für deine Hilfe, Berloth. Ich danke euch, dass ihr meine Welt gerettet habt, Solon und Duana. Ihr und eure Gefährten habt es weit gebracht. Der Flashmenzer erwartet euch direkt über dem Raum der Beschwörer. Viel Glück. Ja. Ja, Leute, dann würde ich aber die Aufnahme an dieser Stelle wieder beenden. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne den Kanal. Beim nächsten Mal geht es dann hier weiter im Versteck von Flashmenzer. Und ich glaube, im nächsten Mal werden wir Alina in ihrer neuen Gestalt treffen. Ich bin gespannt. Ich hoffe ihr auch. Bis zum nächsten Mal und tschüss.